Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, nächste Hiobsbotschaft, die es hier gibt. 17 Milliarden Euro Loch muss gestopft werden. Krankenkassenbeiträge steigen auf den Rekordwert. Und das betrifft alle, die eine gesetzliche Krankenversicherung haben in diesem Land. Im kommenden Jahr wird der Pflichtanteil um 0,3 Punkte angehoben. Oft dann durchschnittlich 16,2 Prozent des Bruttolohns. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man zahlt ja aktuell schon 15,9 Prozent monatlich von seinem Bruttogehalt für die Krankenversicherung. Was eine bodenlose Frechheit darstellt, meiner Meinung nach. Und wird jetzt erneut erhöht von unserem geliebten Gesundheitsminister Karl Fliege oder ehemalige Fliege Lauterbach. Trägt er ja nicht mehr. Und dementsprechend muss dieses 17 Milliarden Loch hier gedeckt werden. Vielleicht sollte man mal fragen, woher kommt denn dieses Loch? Weil da Sachen gekauft wurden, die gar nicht benötigt wurden, sagen böse Zerstungen. Interessant dazu ist aber auch, wenn man sich erinnert, weil ich hatte ja auch im letzten Jahr verschiedene Videos dazu gemacht. Ich bin nicht gesetzlich versichert, sondern privat versichert, so rum ist es richtig, weil ich selbstständig bin. Und zum Glück, ich zahle dort einen anderen Betrag, als ich als Pflichtversicherter bezahlen müsste. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem viel und der wurde 2020 bereits erhöht und der wurde auch 2021 nochmal erhöht bei meiner Versicherung. Also es ist richtig viel mehr Kosten, die ich monatlich zu tragen habe. Aber das Ganze gibt es ja auch hier bei den Krankenkassenbeiträgen für die gesetzlich Versicherten, sodass es nämlich hier 2021 bereits um 1,3% gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr und so weiter und so fort. Also schon eine heftige Entwicklung. Wenn man dann so ein bisschen recherchiert, findet man dann zum Beispiel bei der hna.de höhere Beiträge ab 2021. Diese Krankenkassen werden teurer. Das können sie dagegen tun. Da steht aber meiner Meinung nach nicht die richtige Antwort drin. Die richtige Antwort wäre, eine andere Wahl bei der Bundestagswahl mal zu treffen. Das würde, glaube ich, mehr ausmachen, als jetzt hier irgendwo ein Krankenkassenhopping oder sonst was zu betreiben ähnliches. Leute, es wird sich so definitiv nichts ändern mit den Kandidaten. Wenn nämlich das Geld mit vollen Händen für andere Sachen rausgeworfen wird anstatt für die eigene Bevölkerung, ist es klar, dass hier wieder so ein 17 Milliarden Loch aufkommt, das dann irgendwann gedeckt werden will. Ist doch nur nachvollziehbar und logisch. Oder sehe ich das falsch? Schreibt eure Meinung unten rein. Schreibt eure Meinung nach.